hey leute und willkommen zurück zu let's play ww mit unseren hordejäger ja jetzt steht da vor uns macht führer karl drang den werden wir jetzt erstmal einen kopf kürzer machen würde ich sagen das ist gar nicht der sterben oder ich glaube ich nicht das ist nicht der stern ob wir sollen ja mal gucken wo einer ist ich habe kein sehr schön den haben wir sie ein stern ob noch umschwören hier ist eine kiste und hier ist den haben wir schnell mal besiegen unser tier mal heilen das habe ich jetzt nicht gesehen einen sprung und da haben wir gleich besiegt gleich ist er besiegt so besiegen wir wollen sie gehen wir haben heute noch ist auch ein sehr schön ist er macht so von euch soll man auch noch fünf töten was wir mal gleich machen ich bin außer reich weiter hat er ist noch gleich besiegt ich dachte er war schon tot ich muss zuerst etwas anvisieren so der ist auch besiegt ich habe kein ziel so und hier brauchen wir auch noch ein ich kann das noch nicht tun so noch einmal unser tierchen ich brauche ein ziel so ich brauche nur noch so werden wir erstmal jetzt die hier noch besiegen drei brauchen wir noch ich muss zuerst etwas anvisieren ich habe kein ziel so gucken wir mal wenn wir die drei aufgaben mal schnell abgeben so sagt hier lang ich das wäre noch alle pullen die müssten glaube ich da vorne stehen genau da standen die guten verängstigen der schattenjäger so besiegt so dass er ganz oben war so klar zu denen es besiegen müssen und auch noch schnell hoch und besiegen kollegen so lebt dann noch lebt dann noch sehr schön ist es auch der ja wenn wir ihn mal schnell besiegen schnell hallo sagen kein problem von uns und er ist fast besiegt genau dass man seine leiter töten seine gerufen ich möchte erst etwas an wie sie jetzt noch in der schützfülle ich brauche ein ziel und jetzt können wir nicht wieder angreifen das hilft dir auch nicht wenn du deine schützbilder rufst ich muss zuerst etwas anvisieren der spritzbilder rufst du mal gehen wir mal weg da gehen wir nicht hin für irgendwas luten dass wir zu viel schnell die aufgabe wieder abgeben hier lang sehr schön diese ganzen toten krokodile hier ich würde sagen wir gehen erstmal zu der aufgabe hier in dem weg entlang da ist auch eine kiste aber ich will mich jetzt nicht durchs lager schlagen aber ich jetzt habe ich keine lust drauf so blut tropfen blut tropfen der die teergrube oh ok was wollt ihr redet schon es geht ihr euch in unserer stadt was wollt ihr zerstörer mann zerstörer mann ok das sieht alles ich muss näher heran ich liebe sie ist herbauchen ok das können wir von dem das müssen wir einsammeln da hinten da kommen wir herzen wir mal ein paar blubs zusammen ein bisschen teer zu sammeln ein bisschen wechseln ich brauche ein ziel sehr schön ein ein kleberiges teer sehr schön hier drin schaden ne hat er haft uns anders also klar so sagt ach 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 süße blätter brauchen wir sehr schön wir müssen wir helfen gut da gehen wir auch hin ich greife auch an hier kommt noch einer einmalig mal mit so ist das hier kommen wir hier lang sammeln wir erst näher um hier müssen wir ja helfen genau da kämpfe uns mag ich habe kein ziel alle sieb sehr schön schnell durch der schule zu den kollegen nach vorne und hier mal heilen schönen guten tag guten tag so das einmal einsammeln ach komm dann greifen wir euch auch schnell an und dann werden wir die blubs da unten noch mal ein bisschen erledigen damit wir das teer zusammen kriegen so so sehr schön was greift ihr mich denn an ich brauche ein ziel zack auch schon wieder einen anvisierten hahn ich wollte ihn noch nicht angreifen zack ok ich habe kein ziel so ich muss zuerst etwas analysieren dann können wir mal die blubs zusammensuchen zack ich habe kein ziel ich habe kein ziel zusammen ein paar blubs ich muss zuerst etwas anvisieren blubs erledigt ein bisschen was looten aber noch sechs das ist zu weit entfernt zack noch mal drei zusammenziehen falsche knopfe falsche knopfe ich brauche ein bisschen müde man merkt man merkt ich habe kein ziel ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren so nichts dabei gewesen ich brauche ein ziel ich habe kein ziel so zeig mal wo müssen wir denn die anderen gut der ist da oben naja jucken dann werden wir hier lang gehen bestimmt so einige blubs sind das nehmen wir mit so wieder aufmountain diese tergo wir hier mir brennen jetzt schon die augen gut dann nimm mal dich mit dich nimm mal mit zeig ich brauche ein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren dann mal dich ein schnell lauf dich 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 müssen wir auch irgendwie gehen den haben wir verbunden sehr schön kein terror hier ist das letzte süße bleibt so ein bisschen her brauchen wir noch gucken wir mal ob du das hast na du hast es bestimmt noch ein ziel oder du ich habe kein ziel sehr schön ohne kiste gehen wir mal schnell hin zur kiste ja erster kiste und entschuldigung nichts mit aus versehen gehauen toll war gerade noch einer schon vor uns da das kraut nimm aber mit auch weg mal leck mich doch und gehen wir halt noch da unten komm zack guten tag er weiß was so ein verräter ein verräter ein verräter zack wort zum absessen mit dir und auch besiegt so dann gucken wir mal zuerst etwas anvisieren müssen wir die aufgaben auch fertig haben dann könnten wir die drei aufgaben auch abgeben sehr schön hu 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 komm wir hier hoch nur nicht zu nahen den ran wenn wir nicht sogar gleich noch angreifen müssen hier bergbau mitnehmen 4000 ep sehr schön nicht fehlen uns noch 240.000 noch hey man so dass sie süße blätter im moment so besser so sei es was wollt ihr von den sandalari weil sie sterben so sterbe ich mit ehre dank euch dreht mir besser nicht den rücken sollte sie noch fest während ich ihn heile immer schön aufpassen ist immer da sehr schön erlebt wieder ob man ob man gehen wir die aufgaben mal ab absorbiert feuer aus vier statuen sandalari tötet zehn knochen raptoren den sandalari dann wollen wir das machen zehn knochen raptoren töten wir sollen was absolvieren das ist alles hier sehr schön töten das ist was für uns kommst du auch gleich mit dann ich weiß nicht das hier da ist es ist das 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 dann gehen wir gleich zum nächsten stein da müssen wir schwimmen wieso musst du erst etwas anlechten auf einmal wieder ich brauche ein ziel auch noch so ich habe kein ziel sehr schön dann wieder einmal hier wo der hände so schatten vielleicht kriegen wir ihn diesmal den schatz man weiß es nicht man weiß es nicht kommen dich kümmert töten unterwegs ich natürlich auch ich brauche ich brauche ein ich muss zuerst etwas anvisieren so ich habe kein ziel noch ein hier ein gemützel ich sag's euch ihr seht das ja ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel dann laufen wir jetzt mal hier hin da liegt was eine schatztruhe gucken wir mal was da drin ist ich bin außer Reichweite ja ja schön kriegsressourcen haben wir gefunden ich sag euch greifen auch da ja die kommt sowieso bestimmt eingelaufen nicht mehr als die doch mal heil nochmal so sagt am letzten euch habe ich treten raptoren sowieso schon skelett ihr seid sowieso schon tot ich muss zuerst etwas anvisieren ich brauche ein ziel ich habe kein ziel ich brauche ein ziel diese fähigkeit ist noch nicht bereit essen wir gleich nochmal was dass wir noch ein paar leben wieder kriegen sag essen so dann loot nochmal lieber fleisch von denen das sind ja auch noch knochen ne können wir gar kein fleisch kriegen so wo ist der letzte stein hier vorne naja haben wir schon alles bis dahin getötet das ist sehr schön so dann können wir die aufgaben abgeben ja komm hier na seite lang aber wenn ihr sehen wollt wie es weiter geht und ob wir noch eine folge aufgabe bekommen das seht ihr in der nächsten folge ich danke euch fürs zuschauen wir sehen uns morgen wieder bei einer weiteren folge let's play ww mit unseren hollerjäger ich danke fürs zuschauen auf wiedersehen tschüss 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 tschüss